Norddeutscher Rundfunk 2021 13 Da haben wir 14, oder? Wo ist Clemens? 14 15 16 17 17 18 18 19 20 20 20 21 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 26 25 25 Die Aufgabe für die Sonderprüfung heißt, holt euch das Roadbook oder die Roadbooks. Ihr müsst für alle eure Autos die Roadbooks mitnehmen oben. Es sind von uns die Leute oben, die geben euch mit ihrer Teamnummer die Roadbooks raus. Die Richtung ist 182 Grad und 300 Meter Luftlinie. Und Start ab jetzt. Wer beim Auto ist, fahrt los mit den Roadbooks. Richtung 182 Grad. Da rennt er da oben hin, nirgends da diese Bären. Laufel, pass auf, hinter dir Bären! Marathon! Schöner, schön wohnt! Seid ihr wohl! Sehr schön! Wer ist hinter dir? Ich glaube, der Stein hat da.